Willkommen zum Schloss, ich bin deiner Direktor. Hallo liebe Schüler, ich bin der Hausmeister vom Schloss. Ihr seht super schön aus. Hallo, ich bin der Koch. Wenn ihr etwas möchtet, frag mich. Englisch? Wenn du etwas möchtest, frag mich. Kaffee? Nur mit Mittagessen. Kaffee? Ja, was brauchst du? Kaffee. Okay, ich will sehen, ich habe ein Kaffee. Danke. Scheisschen. Es tut mir leid, wir haben kein Kaffee, aber ich habe ein Gift für dich. Scheisschen. Danke. Danke. Ja, bitte. Was ist passiert? Warum haben Sie mich angerufen? Deine Tochter ist tot. Ich denke, sie war ermordet. Sie war ermordet? Ja, aber ich weiß nicht. Ich sollte die Polizei anrufen. Nein, du solltest das nicht machen. Warum nicht? Wenn sie... Ich kann kein Lebensversicherung Geld bekommen, wenn sie ermordet war. Aber wenn sie gestorben ist, dann bekomme ich 10 Millionen Euro. Okay, aber die nächste Zeit muss ich die Polizei anrufen. Okay. Kaffee? Ja, was? Kaffee, bitte. Bezahlung, wir haben jetzt kein Kaffee. Aber wir haben dieses Käsetoast bekommen. Es ist ein Gift für dich. Ja, du kannst es essen. Das ist toll. Es wird super schlecht. Danke. So. So. Bis später. Ja, die Kaffee. Bis später. Ah, sie schlägt. Ah, toll. Ein Käsetoast. Hausmeister, hast du etwas hier gemacht? Nein. Okay. Das ist ganz krisch. Was haben wir hier? 200 Personen? Nein. Kein Rohr. Kein Rohr. Das stimmt. Wer hat das getan? F? Er. Hausmeister. Wo warst du die letzte Stunde? Ich war beim Kurzen. Beim Kurzen? Beim Kurzen. Wirklich? Ja. Das glaube ich nicht. Ich habe die Toilette gekürzt. Okay. Was werden wir machen? Ich weiß nicht. Los geht's. Ja, dann schlägt mal ein paar Dinge weg. Oh nein, du musst das nicht mitnehmen. Es ist eine Käsetoast. Ja, ja. Ja. Du bist okay. Nein, es ist okay. Nein, du bist okay. Nein, es ist eine Käsetoast. Na ja, ja. Okay. Ach so. Drei Personen sind tot? Ja. Mega schade. Hm. So jung. So jung, ja. Ich weiß nicht, was ist passiert. So schade. Ja, was denkst du? Weiß ich nicht. Ach, vielleicht eine andere Schule. Jemand, das ganz eifersüchtig an diesen Mädels ist. Oder, weiß ich nicht. Ich hab, es war schon lange her mein letzter Mordekäs. So. Ja. Keine Ahnung. Hm. Hey. Was magst du Hausmeister? Den Hausmeister da drüben? Jetzt? Ich weiß nicht. Ja. Lass uns wir warten ein bisschen. Er ist super komisch. Ja. Freak. Heute ist Donnerstag. Der erste September. Und hier, wir sehen, der Hausmeister. Sehr Suspekt. Ja, ganz komisch. Was mag der? Weiß nicht. Er guckt in den Fenster. Aufhebelnd, oder? Denkst du? Keine Ahnung. Denkst du, dass er ist der Mordekässe? Ich hab keinen Kaffee gefunden, aber ich habe Käse drauf. Oh nein, das kann ich nicht essen. Nein, du solltest nicht essen. Nein, das kann ich nicht essen. Aber es ist ein Gift für dich. Aber ich bin allergisch. Ich kann kein Käse essen. Nein, nein. Du solltest mein Gift essen. Nein, nein. Ja, du willst. Du bist mein Lieblingskind. Was ist passiert? Sie hat aus dem Fenster gesprungen. Hast du etwas gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Was machst du? Einen Moment. Ich denke, dass sie schlägt. Kein Problem. Nein, du Idiot. Nein, ich denke, dass sie tot ist. Das ist so schade. Lass ihn fragen. Schau. Nein, sie ist tot. Sie ist auf die Fenster gefallen. Nein. Ja. Was machen wir jetzt? Vier Personen sind tot. Und ich weiß nicht, was ist passiert. Ich brauche einen Kaffee. Kochen! Ja? Was brauchst du? Ich brauche einen Kaffee, bitte. Oh ja, ich werde sehen, wenn wir einen Kaffee haben. Danke. Wer war aber da? Der Hausmeister? Wir haben keinen Kaffee, aber ich habe dir einen Käsetoast gekocht. Ein Gift. Ein Geschenk, oder? Gift. Ich denke, dass sie tot ist. Gift. Ich denke, dass sie tot ist. Ich denke, dass sie tot ist. Ich denke, dass sie tot ist. Ich weiß alles. Ja. Sie haben einen Käsetoast gefunden. Los geht's! Komm her! Scheiße! Scheiße! Michael! Nein! Kommt her! Nein! Verpiss dich! Nein! Pass auf! Das ist fertig! Du bist festgemaß! Du bist festgemaß! Aber Käse Toast? Viel Spaß im Gefängnis!